Topspiel unter ungewöhnlichen Bedingungen. Borussia Dortmund trifft als Tabellenzweiter am Samstag im Bundesliga-Topspiel auf den FC Bayern. Die sind aktuell nur Vierter. Die wollen nichts. Gute Frage. Ja, zumindest schon mal daran, dass die Bayern auf jeden Fall ungewöhnlich viele Punkte abgeben und lange nicht die Konstanz und die Form haben, die sie sonst eigentlich auszeichnet. Das war ja bei Borussia Dortmund ähnlich. Mittlerweile hat sich der BVB gefangen. Jetzt eine gute Woche hinter sich und von daher eben die ungewohnten Voraussetzungen. Dortmund fährt mit breiter Brust nach München raus. Und die Bayern müssen jetzt erst mal zeigen, dass sie nach dem Trainerwechsel wieder in die Spur kommen. Und ich glaube schon, dass das auch zu sehen sein wird. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Spiel, aber eben mit einem BVB, der sich Chancen ausrechnen darf. Jürgen, die hat es angesprochen. BVB, drei Siege in sechs Tagen. Alles wieder im Lot? Ja, alles im Lot wäre übertrieben. Aber die Anzeichen eines Aufwärtstrends, die sich so gegen Gladbach im Pokalspiel angedeutet haben in der Schlussphase, fand dann ihre Fortsetzung gegen Wolfsburg in der zweiten Halbzeit und in dieser wirklich exzellenten zweiten Hälfte gegen Inter, als der BVB das 0 zu 2 noch gedreht hat, dann ihre Krönung vorerst. Ja, die Zeichen deuten alle da in die Richtung, dass es dem BVB spielerisch, fußballerisch deutlich besser geht. Der Aufwärtstrend ist deutlich. Auch die Stimmung, das Selbstbewusstsein, der Mut, das Zutrauen, das sind alles Parameter, die nach oben zeigen. Und von daher kann man vom BVB auch in München einiges erwarten. Dirk, wo liegen die Probleme des FC Bayern? Was klappt bei Borussia gerade gut? Also, naja, erstmal sind sie im Abwehrverhalten ungewöhnlich nachlässig, gestatten den Gegnern viele Chancen und wirken da sehr fahrig und unkonzentriert. Und dann lassen sie vorne auch einiges liegen, außer Robert Lewandowski, der halt wie eine Nähmaschine eigentlich trifft, immer zuverlässig. Lassen alle anderen doch noch reichlich Luft nach oben. Und das ist vielleicht auch der Ansatzpunkt, den der BVB, glaube ich, wählen muss, dass man mutig nach vorne spielen muss, dass man natürlich schauen muss. Bayern wird versuchen, natürlich von Anfang an Gas zu geben. Das war so ein Muster auch in den vergangenen Spielen, wo der BVB ja nie gut ausgesehen hat, in den Bundesligaspielen zumindest. Aber man muss seinerseits Akzente nach vorne setzen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel vielleicht, dass man eben Mut zeigt und nicht so wie im April, als man so ein bisschen wie Kaninchen vor der Schlange agiert hat und dazu selber noch reichlich Fehler produziert hat. Also das darf nicht passieren. Und wenn man selber stabil steht und dann mit Mut und Frechheit auch nach vorne spielt, dann könnte vielleicht was dran sein. Jürgen, im vergangenen April war es so das ultimative Endspiel um die Meisterschaft. Da ist er unzählig untergegangen in München. Was hat das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt für eine Bedeutung? Ich glaube, schon eine wesentliche. Bayern gegen Dortmund ist immer spektakulär, immer spannend, immer brisant und besonders. Das hat Mats Hummels, der ja zum Sommer noch mal die Seiten gewechselt hat, zum zweiten Mal, auch noch mal so betont. Da geht es nur noch mal um Kräftemessen der beiden deutschen Branchengrößen. Und die Bedeutung, ja, ich glaube, wenn Dortmund auswärts in München gewinnt, dann ist die Bedeutung nicht zu unterschätzen, denn dann ist bei den Bayern richtig Feuer und am Dach noch mehr als jetzt schon. Wenn das nicht der Fall ist, hat es aber auch keine wegweisende Bedeutung, glaube ich, in diesem Fall. Denn die Tabelle ist so eng beieinander, weil alle Klubs sicher ihre Schwächephasen erlaubt haben, Punkte haben liegen lassen. Ja, konnte da eben noch keiner davon ziehen und von daher, ja, punktemäßig, tabellarisch ist es nicht so dramatisch. Solange der BVB nicht gewinnt, dann wird es für die Bayern eng. Ansonsten bleibt das Feld eng beieinander. Ja, eng beieinander ist auch die Dortmunder Offensive. Zwei angeschlagenen Spieler und Kollege Sascha Klaver kam heute bei der Pressekonferenz in Brake und bringt uns mal bei den Personalien Sancho und Reus auf den neuesten Stand. BVB-Cheftrainer Lucien Favre hat es gerade gesagt, wir haben keine Angst vor den Bayern. Der BVB reist also mit breiter Brust hoffentlich nach München. Ob allerdings Marco Reus und Jadon Sancho in München im Ligagipfel mitwirken können für Borussia Dortmund, das ist weiterhin offen und wird auch erst kurzfristig vom Anpfiff entschieden. Marco Reus plagt sich weiter mit einer Sprunggelenksverletzung herum, Jadon Sancho mit einer Zerrung Oberschenkel. Ob es für die beiden Offensivspieler reicht, das bleibt abzuwarten. Eines hat aber BVB-Sportdirektor Michael Zorc ganz klar formuliert. Wir brauchen Männerfußball, wir müssen Kerle sein. Das wird das Entscheidende sein in München, denn in den letzten Jahren gab es da für den BVB nichts zu holen, denn er hat nicht dagegen gehalten, so sagte Michael Zorc. Das muss sich in diesem Jahr ändern, dann kann es klappen. Ja, danke Sascha. Dirk, gucken wir nochmal auf eine ganz desastrose Bilanz des BVB. Die vergangenen fünf Bundesligaspiele. Dortmund in München, 0 Punkte, 3 zu 22 Tore. Warst du immer dabei, Dirk? Dirk war immer dabei, ja. Ich habe tatsächlich alle diese Spiele gesehen. Ja gut, dann. Ich hatte beim letzten Mal so große Hoffnung. Also wir waren damals, und ich glaube auch die Fans und die Mannschaft an sich ja eigentlich auch, wir waren alle damals ziemlich froher Hoffnung, dass das schon auf Augenhöhe stattfinden wird. Dann gab es sogar eine gute Chance am Anfang. Dahoud glaube ich war es, Außenpfosten. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, aber so insgesamt, wie der BVB sich da präsentiert hat, das war schon sehr mutlos und auch so ein bisschen ein Kaninchen vor der Schlange. Ich habe es eben angedeutet und das muss jetzt deutlich anders werden. Und von daher, es gibt einiges gut zu machen, klar. Jürgen, jetzt aber. Wir tippen. Dein Tipp ist maßgebend, wie immer. 2-2. Das ist Dirk's Tipp. Aber ich durfte ja zuerst sagen. Der ist besetzt. Ja, Dirk, da musst du jetzt was anderes tippen. Ich muss jetzt was anderes tippen und tippe jetzt mal nach einer 0-2 Halbzeit, nach einer 0-2 Halbzeit Rückstand auf einen 3-2 Sieg, das BVB. Woher kennen wir das denn? Ist jetzt ein bisschen platt, aber die 2.45, ja, ich muss ja jetzt was anderes sagen. Aber 2-2 wäre ein Ergebnis, mit dem Dortmund gut leben könnte. Aber ich glaube schon, dass man eben aus diesem Spiel gegen Mailand sehr, sehr viel Kraft ziehen kann. Und der Glaube ist wieder da. Also alles ist möglich. Gut, das ist ein wirklich beeindruckender Schlusssatz. Beeindruckender Schlusssatz. Alle Infos natürlich zum Topspiel auf www.rohrnachrichten.de und wir verweisen auch gerne nochmal an dieser Stelle auf unsere Fanzone. Alles zum Spiel gibt es am Samstag ab 15.30 Uhr. Also auf jeden Fall reinklicken und wir drücken dem BVB die Daumen. Also auf jeden Fall. Vielen Dank.